Auf der Plenarsitzung der Parlamentarischen Versammlung der NATO in Madrid hat der Generalsekretär des Bündnisses die Delegierten aufgerufen, sich weiter für die Unterstützung der Ukraine einzusetzen. Für das Gastland Spanien hat der Ministerpräsidenten Pedro Sánchez die folgende Botschaft an das Plenum. Es wäre gut für uns alle, Wladimir Putin eine robuste Nachricht zu übermitteln. Lassen Sie die Ukraine in Frieden. Respektieren Sie die territoriale Unversehrtheit und die nationale Souveränität sowie das Recht des Landes, seine Zukunft selbst zu frei zu bestimmen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy richtete sich per Videoschalter an die Delegierten und bekräftigte erneut seine Absicht, sein Land zu einem Mitglied der NATO und der EU zu machen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg betonte die Unwundlichkeit einer militärisch starken Ukraine. Wir müssen begreifen, dass dieser Krieg höchstwahrscheinlich eines Tages am Verhandlungstisch enden wird, aber auch, dass das Resultat von Verhandlungen, das wir uns erhoffen, nur durch Stärke auf dem Schlachtfeld erzielt werden kann. Der Preis, den das Bündnis zu zahlen hätte, wenn es der Ukraine nicht gelingen sollte, Russland zu stoppen, würde höher und mit Geld nicht zu beziffern sein, so Stoltenberg. Oh mein Gott, how are you?